Servus und hallo, willkommen zu Stellaris. Es geht weiter in einen unendlichen weit der Galaxie und ja, mal wieder ein Krisch, die wir da haben. Die Zuckerkannen haben uns angegriffen und die Rontos helfen fleißig mit. Ohne denen wäre der Krieg schon längst gewonnen für uns. Bei uns läuft es echt gut. Aber ja, Rontos hat da leider was dagegen und, ähm, ist Rontos Außensitzplatz. Echt mal. Mit ihrer 40k Flotte. Klingen sie eigentlich immer noch weiter oder haben sie sich mittlerweile mal eingefangen? Ne, die gucken sich da unten, die sind da unten sehr fleißig im Gange. Im Gange. Im Gange. Ganges. Leider, leider. Aber sie werden nicht gegen meine Verteidigungsarmeen wahrscheinlich ankommen, wenn sie auf die Planeten kommen, die von mir betreut werden, wollte ich jetzt sagen. Betreutes Wohnen. Mal anders, ja. Aber die anderen, ähm, ja. Der andere ist leider eine andere Geschichte. Die ist auch ganz andere Geschichten. gut, 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 gut. Station Under Tech, ey. Ich kann's nicht mehr hören. Und du nie mein Ehren. Wo ist denn da? Du sitzt. Ich hab ne, ähm. Oh, shit. Hab ich grad'n Krieg verpasst? Haben die grad'n meine Armee plattgemacht? Oh, shit. Was ist denn die ganze Armee? Ähm, ne kleine. Oh, shit. Das klingt ja nie so doll. Na. Na, gar nicht. Special Project, complete. Hostile Fleet, engaged. Ist der Zuckerkar noch ne Flotte, der hat da ne 4K, ne, dann. Plattmach ihn, plattmach ihn, plattmach ihn. Das war jetzt nicht so clever. Hm. Hostile Fleet, engaged. Okay. Wir sind nicht. Ich hab' ein Schicht. Okay. Ich hab' ein Schicht. Das war' irgendwo ganz gut. Ich hab' einen Schicht nuevo. Ich hab' einen Schicht, weiß ich. Ich hab' den Schicht, vielleicht. Okay. Minus zwei Prozent, oh Gott. Sein Chip an der Deck. Oh, nee. Sehr gut, sehr brav, sehr brav, sehr brav, sehr brav. Blav. Blav. Plenty blood machen. Station under attack. Blav. 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 Wir greifen meine Basis an, aber meine Basis weiß ich nicht, um zu verteidigen. Die Mandasuras klingt wie so eine Talkshow oder so. Das ist jetzt kommendes Armserven. Mandasuras. Wo kämpfen wir gerade? Da oben irgendwo. Let's go, go Forschungsprojekt. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Okay, wo ist diese ekelhafte Rontos-Flotte? Wo ist die denn? Gar nicht da. Okay. Ja, hoffentlich ist die Rontos-Flotte schön wo reingelaufen in den ADEX. Das wäre nice. Oh, war sogar Stillstand, okay. Okay. Ich sehe die nämlich nicht, die Rontos. Komisch. Die ist ganz komisch, Ando. Moddy. Also die Wanderwinder bei die Ehe im Süden, oder? Ja, genau. Nee, da sehe ich nur irgendwelche Transportflutten. Mhm. Aber... Naja, nix. Was haben wir hier? Ne Merian-Konstruktionsschiffe, die sich auf deinem Territorium aufhalten. Muti-mutig. Debris analysiert. Debris analysiert. Debris analysiert. Aber登録, die wir in den Ehe ausprobieren. Wie viele sind die Erkurt. Grundバden mit demكم. Bis zum Beispiel für die Erkurt. Debris analysiert. Wo ist die Erkurt. Nein, nix rücken. Das ist erst einmal. Oh, Forscher ist verrückt. Okay. Geht schon wieder. Ein Forscher ist nur verrückt. Oh, den. Das klingt gut. Das klingt gut. Okay, 37k Flotte. Na, ich wäre gespannt, ob ich es mit darunter so aufnehmen könnte mit dieser 40 Dingens da, wenn ich die wieder in Koma sehe. Sofern die noch lebt. Station an Attack. Das scheint nicht zu leben. Ah, okay. Das sind die, die dürfen ruhig, die dürfen ruhig attackieren. Ach, das ist gar nicht. Oh. Weg da vorne, weg da. Oh, so ganz cool. Oh. Oh. Sorry. My fault. Oh, ich bin mal so. Ich bin mal so. Ich bin mal so. Ich bin mal so. Die Situation noch abmeldet. Okay, 35... Äh, 35, ich sag 5% haben wir gerade. Kriegstand? Ja. Oh, okay. Wo fliegen die ganzen Opatien und so weiter hin? Die fliegen in den... Die fliegen direkt rein in den ATX? Kannst du mal sehen. Macht ja auch auf keinen Sinn, oder? Na gut. Die müssen es ja wissen. Ja. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Station on the attack. Welche Station nicht schon wieder? Okay, gut. Die dürfen... Weitermachen. Situation log updated. So, du greifst da mal an. Die 1,2k flote Der kommt... Da her. Situation log updated. Situation log updated. Und dann müssen wir uns die Planeten wieder zurückholen. Irgendwie. Irgendwie? Yeah, wir sind die, nicht zuピen. Laus an. tther. Sind die komplett gut sind. Um, was war wurde wieder auf der Treppe ein? Daherannten wir uns die. Wir sind die Regulierung von 6 bequemen. Aber wir sind die Fliegen. Die Fliegen sind die Fliegen. Die Fliegen und die Fliegen der Fliegen. Die Fliegen ist weiterverlet waren. Die Fliegen der Fliegen. So, das ist jetzt was? Das ist jetzt die Schlacht-Klasse. Schlacht-Klasse. Und? Bodenarmee, bitte. Ach, Rondor. Ja, klar. Kommt noch einer dazu. Noch einer von Rondors runtertarnen. Und Rondors schergen. Der übertreibt es auch ein bisschen mit seinen Floten. Dieser Rondor. Dieser Schlingel. Hm? Rondor. Rondor. Research complete. Nehmt's dauert plus fünf Jahre. Sehr schön. Lebt lang und in Krieg. Ja. Das wäre unser Motto. Debris analysiert. Hostile fleet engaged. Okay, ihr schauts da her. Und die 5K-Flotte schaut. Oh, schaust du mal in 5K-Flotte. 5K-Flotte engaged. Wo magst du denn hinschauen, 5K-Flotte? Schaust da, ja. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Wie läuft's bei dir? Bist du noch im Krieg? Wir haben einen, einen konnte ich ja beenden. Karabnar. Dass die immer noch gibt, die Karabnar. Ja, nicht mehr so richtig fies von dem. Situation log updated. Oh, ja. Gissel ist noch da. Situation log updated. Der Bist, der Rest. Rest, Karabnar. Der Rest vom Schützenfest. So, rundos rechts da dann irgendwann mal. Ja, rundos und vor allem sogar Kahn. Bitte, 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 hoffentlich reicht's dir weiter. Bitte, bitte, ich hab keine Lust mehr. Rundos mal wieder mit einem neuen Krieg geschlossen. Na, der wird doch auch gleich wieder in den Krieg eintreten. Uh, 26% Kriegstand. Läuft gut, du auch. Leg dich nicht mit Alex an. Situation log updated. Ah, es wäre echt nice, wenn die Flotte vernichtet worden wäre. Sieht man das irgendwo? Die ADEX sind zumindest nirgendwo aufgeführt, aber kann sein, dass das nur die Hauptangreifer sind. Nee. Es sind nicht aufgeführt. Und, wo haben die ihre Flotte verloren, oder? Die haben noch irgendwo die 40k. Das wäre doof. Grenzreichweite, plus 10%. Aha. Anno Schwartz schon wieder Schlimmes. Äh, pff. Wir sind doch eigentlich noch relativ. Das kann uns eigentlich keiner mehr an zwei empissen wie in der Grenzreichweite. Nee, nicht mehr, ne. Solange wir unterm gefallenen Reich sind. Situation log updated. Und go, auf den nächsten Planeten. Go, go, go. Go, 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 go. Also Power Rangers hat sie irgendwie angetan, oder? Ja. Ich hätte diesen Scheiß-Strandler einfach gar nicht gucken sollen, aber er war auch witzig. Also wir haben Rontos wirklich, äh, Zucker kann wirklich gut im Griff, muss man sagen. Ich kann mal nicht ansagen. Situation log updated. Ich bin froh zu hören. Ich versuch's derweilig über die Wirtschaftskrieg, weil die haben nichts, sie haben keine Schiffe mehr und ich komme auf keinen Kriegstand. So gut so Bob mit die ganzen Minenstationen. Und ich versuche dann gerade den Weg abzuschneiden. Mit allem, was sie noch irgendwo haben. Ja, wie sie versuchen zu fliehen, die Schiffe. Na klar. Süß. Süß, süß, süß. Ach, sie blatt. Vier Schiffchen. Die letzten vier Schiffchen. Vorschungsschiff, Konstruktionsschiff. Noch ein Konstruktionsschiff. Komm, 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 komm. Die dürfen nicht abhauen. Jetzt schneiden wir einfach den Weg ab. Fliege genau in meinen Arschschub rein. Haha, die Dummen. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Wie sie sträckig versuchen zu fliehen. Geht's noch? Hostile fleet engaged. Wenn wir da nicht was machen, müssen wir dann etwas von Ratio fahren. Situation log updated. Ach, ja. 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 Träckigen. Nee. Oswale fleet engaged. Hier geblieben. der von hier mit always die versuchen wirklich überreichend zu fliegen ok die säge genau reingeflogen sehr schön gut ein konstruktionsschiff weniger wenn es stimmt jetzt noch als das doch als das doch als hallo schon wieder das dreckige ich bin ein artig schrad unterwegs Okay, gut. Die Miner. Wenn sie es glauben muss, dass sie eine gute Idee ist. Ja, genau, wir haben geflogen. Ähm, folgende Hände? Ah, Konstruktionsschiff. Diesmal kommst du mir nicht. Die sind echt die nervigsten, oder? Die fliegen die ganze Zeit davon. Sind so nervig. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, immer wieder zu entkommen. Ich habe auch keine Ahnung... Jedes Mal! Irgendwie wieder! Meine Fresse! Vor allem, du schießt sie einmal mit so einer Langstreckenwaffe an, ja? Bis der Schuss ankommt, oder bis ein Zweiter geschossen wird und ankommen will, ja? Notantrieb. Ich verfolge den einen gerade über die ganze Karte, weil sie es nicht hinkriegen. Es gibt es ja nicht. Er ist schon komplett ausgedünzt, dieser blöde Gegner, aber irgendwie... Irgendwie lebt der immer noch. Fraktion noch und lächer. Bei dir? Mhm. Guter Tipp, mal hinkucken. Okay, schon. Okay aus. Vier. Vier kleine Fraktionen. Sei froh. 23 Prozent Kriegstand. Aber ich habe schon so ziemlich jeden Planeten von denen jetzt, ähm, in der Fittichen. Hm. Naja. 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 Einfach angehen danach. Mhm. Ja. Die ganzen Rontus-Verbündeten. Mhm. Wenn du aufpasst, die zu sehr in Rontus-Gebiet reinkommst, wo nachher ist der noch... Ach, kann der noch angepisst oder so. Mhm. Wenn der noch lebt. Was der Rontus? Mit einer 40k-Flotte da. Ach, das mal so? Ja, das... Ja, okay. Keine Ahnung, was da jetzt wirklich Sache ist. Hast du eigentlich zufällig noch Energie-Credits? Ob ich welche brauche? Mhm. Ja. 8000? So. Dann war es das jetzt. Und dann würde ich sagen... Danke. Hallo. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut und... Kummelummel. Moos moos. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.